Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FilmToastFullStory. Mein Name ist Leo und wir reden heute über die Erfolgsserie auf Apple TV+. Ganz richtig, wir reden über Ted Lasso. Nach zwei Staffeln ist die Serie komplett durch die Decke gegangen, hat unzählige Preise eingeheimst und jetzt fragen mich Leute zu Recht, Leo, lohnt die Serie sich für mich, auch wenn ich gar nicht Fußballfan bin und muss ich mir dafür wirklich Apple TV Plus holen? Ich sag ja und warum, das erzähle ich euch in diesem Video. Im Fokus von Ted Lasso steht der gleichnamige Coach aus den USA. Er ist ein erfolgreicher American Football Coach, allerdings nur in niedrigen Ligen. Umso überraschender ist es also, als Rebecca Welton, die Besitzerin des AFC Richmond, ihn als Cheftrainer vorstellt. Richmond ist seit Jahren ein erfolgloser Premier League Club und in der aktuellen Saison stark abstiegsbedroht. Ted Lasso hat keinerlei Erfahrung im Trainieren von Fußballspielern, ebenso wenig über die Sportart allgemein. Generell bringt er auch eine gewisse Ignoranz gegenüber der britischen Kultur mit. Stets an seiner Seite ist Teds Co-Trainer Coach Beard, welcher Fußball liebt und über alle taktischen Gegebenheiten Bescheid weiß. In Richmond trifft er auf verschiedenste Spielertypen. Da wäre der junge Emporkömmling Jamie Tartt oder der alternde Profi Roy Kent, der schon mal die Champions League gewonnen hat. Die Verpflichtung von Ted Lasso dient aber eigentlich einem Zweck. Rebecca Welton möchte den AFC Richmond in der Versenkung verschwinden lassen. Der Klub ist nämlich nichts weiteres als ein Überbleibsel aus ihrem Scheidungskrieg mit ihrem Ex-Mann Rupert, dem zuvor der Klub gehörte. Ted Lasso's Aufgaben scheinen also immens. Er muss sich menschlich an Spieler und Fans gewöhnen, im besten Fall den Klub vor dem Abstieg retten und das Allerwichtigste, sich selbst in einer für ihn ungewohnten Welt nicht verlieren. Ted Lasso verzichtet weitestgehend auf große Namen. Hannah Waddingham, die Darstellerin der Rebecca Welton, hat zwar schon in Serien wie Game of Thrones mitgespielt, allerdings nur in kleinen Nebenrollen. Phil Dunster kennen manche vielleicht aus einem kurzen Auftritt in Mord im Orient Express und Brad Goldstein, Darsteller des Roy Kent, sollte eigentlich gar nicht als Schauspieler auftreten, er wurde nämlich als Autor engagiert. Genau diese unbekannteren Namen verleihen dieser Serie auch eine gewisse Leichtigkeit. Es sind eben nicht immer dieselben fünf Namen, die man in jeder amerikanischen Comedy sieht. Nein, Ted Lasso bringt einen frischen, diverseren Wind in das Comedy-Geschäft. Die beiden größten Namen sind wohl die der kreativen Köpfe hinter der Serie. Jason Sudeikis spielt nicht nur die titelgebende Rolle, er ist auch mitverantwortlich für Produktion und Drehbuch. Als bekannter Comedy-Darsteller schafft er es, mit seinem Timing auch die nicht ganz gelungenen Gags überzeugend zu präsentieren. Obwohl ich persönlich nie der größte Fan von Jason Sudeikis war, als Ted Lasso kaufe ich ihm jede Emotion ab. Schon zu Beginn habe ich erwähnt, dass Ted Lasso es schafft, nicht nur Fußballfans zu begeistern. Vielmehr ist die Serie eine willkommene Feelgood-Serie mit Dramacharakter als eine klassische Sportserie. Einen komödiantischen und offen utopischen Blick auf den Fußball schafft genau die Begeisterung für verschiedenste Menschen. Ich selbst bin zwar aktiver Fußballfan, bin aber doch seit Jahren genervt von der Entwicklung des Sports. Übertriebenes Männlichkeitsgehabe, stur diktatorische Coaches und eine zunehmende Eventisierung und Kommerzialisierung des Fußballs haben mich mit immer mehr Wut im Bauch zurückgelassen, sodass mir der Sport über weite Teile nicht einmal mehr Spaß gemacht hat. So wie mir geht es sicherlich einigen und genau dort setzt Ted Lasso an. Nicht der Sieg steht im Vordergrund der Handlung, sondern die Entwicklung eines Teams und seiner Figuren. Über weite Teile der Serie war es mir ganz egal, wie die Mannschaft spielt. Mich interessierte die Magie und die kleinen Tricks, mit denen Ted Lasso auf seine Spieler eingeht. Ted Lasso schafft es, aus seinen kommerzialisierten Werbekörpern mit Starallüren wieder Spieler zu machen. Kleine Jungs, die Spaß daran haben, Tore zu schießen, Fußball zu spielen und das gemeinsam. Dabei vergisst die Serie aber auch nicht die wichtigen Faktoren außerhalb des Platzes. Liebe und Wut, Vertrauen und Trauer sind gleichberechtigt mit den ganzen positiven Emotionen und auch schwierige Themen wie Depressionen oder Panikattacken werden mit dem nötigen Fingerspitzengefühl behandelt. Ted Lasso mag also vielleicht eine Utopie sein. Aber es ist vielleicht die Utopie, die der Fußball und die Menschen aktuell brauchen.